3 Bogen ist wieder Lucky, das ist, keine Ahnung. Wer, wer gibt weniger Dissings? Ja, du musst ihn auch treffen, so ist es nicht. Ja klar, aber so wie früher wo ich gestorben bin, ich hab denen halt 3 Headshots gegeben. Wenn nichts passiert. Ich hab alle 3 Slingshots in der Mitte aufgenommen, glaub ich. Ich hab keine Anzeige, du musst mich an den droppen. Ja, ich will die Frau da, das Dock und die. Schnell an den droppen. Ähm, hab ich. Alles, danke. Jo, die müssen wir fokussen, den hier. Geht. Jawohl. Geiß. Einer ist tot. Sehr gut. Das war Dock. Der Arme, Alter. Deswegen. Aber lass ganz schnell runter. Weit weg. Okay. Die macht sich einen Speer, da wird dich was. Der sieht die 100 Pro, der sieht, wenn er die nicht sieht, sieht er mich. Lol, er geht echt am Drop. Ist der Typ behindert. Oh, Ripp. Kante Farbe, lol. Ha. Bitch. Der hat mich nicht gesehen. Ja, mir hätte er eigentlich sehen müssen. Also, ich war... Oh, Rex. Und Trapdoor ist auch hinterm Rex. Geht so irgendwas PvE-artigem. Oh, Rex. Ich kann den Rex reintun oder ich tranken. Warte, hier war Trank Aeros genug. Ich trank ihn. Oh, näher. Oh, fuck. Oh, der hat Headshot gekriegt. Und von Rex angekittet. Der Spieler. Er rennt nach hinten. Noch ein Headshot. Ich hab keine Silberis mehr. Oh, er lag, er lag gerade. Wo ist er denn jetzt? Ich hab ihn. Wow. Wow, 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 wow. Auf mich, auf mich, Rex. Hallo. Okay. Oh, shit. Ist da. Ah. Geh zu meinem Kilo. Komm zu mir. Trank den Pisser. Get him. Der ist fast tot. Der ist fast tot. Ich bin auch fast tot. Ah, der ist da. Der ist da. Der ist dauernd. Holy crap. Ich muss die Hände rausnehmen. Ah, der Prime hier. Ich nehme das Prime für den Rex. Ja. Da vorne ist ne Forge, ja da kommt mein Gegner. Level 55 Rex, Delta Force. Der Typ wie so ein Heid. Typ hat nen Headshot. Der Rex kommt, der Rex kommt, easy. Der hat ihn auf neutral gekauft, der E-Deb. Der kommt! Naja, er hat ihn, doch der kommt. Ich hab gesagt, der kommt. Mein Abtort auch. Der Rex ist already dead, hätte ich gesagt. Rex kämpf gegen die Mammus. Ja lass ihn, der ist tot. Layoutiert der Rechte? Deiner hat nen Headshot-Einheit. Ist ne Baneinheit. Ist ne Baneinheit. Der wolle mit dem Bogen auf uns schießen. Die stehen beide mit Bogen. Der wo genau vor dir ist. Der hat keine Russen mehr an. Ist broken, haste. Hat ihn heute verfehlt. Rex Klamen, Rex Klamen. Geht nicht, der ist tot. Der ist nicht tot. Ja, guck ihn dir an, Alter. Das machen wir wieder. Wie noch ein Parasorier. Ja, der ist auch gleich tot. Wann ist die zwei Guten? Ne. Hey, Guse und Dinge. Das waren die mit dem Rex. Sein High Level Rex so zu wasten. Naja. Da unten, Sabers. Ja. Boah, boah. Ich hab Headshot gekriegt von irgendwo in Long Neck. Ja, von da unten. Der Typ von Saber. Geh den Saber. Hit auf Shield. Okay. Neun Hit. Jetzt hat er kein Shield mehr, oder? Ich brauche den Rex. Du brauchst keine Hose, Mann. Hand weg. Ja, ich kämpfe gegen seine Thames. Er ist komplett Nock Kick. Wie konnte er das überleben? Weiß ich nicht. Hey, was sind von dem Tod? Hab an. Nice. Ich bin Lowlife. Brauche ich die mal kurz, bitte. Leute, das sind noch welche, oder was? Ja, die kommen zu mir, oh fuck. Oh shit. Oh shit. Da unten. Ah, habe ich getötet von dir zwei. Ja. Da kommen nochmal Leute hoch. Wie war's? Das ist ja. Der Headshot. Der Männliche. Ich hoffe mal der Rex rennt hoch. Ich hab die Stegos. Auf Agro. Rex rennt runter. Scheiße. Wo ist du denn? Oder scheiß mal drauf. Ah, du hast Bade, lol. Cheater. Drüben hat noch einen Rex getamt. Digi. Wow. Ich hab ne Shotgun. Ja, ja. Zwei Rexe noch. Oh, wir haben Stegos. Der eine Typen ist dann auf die Rampe hochgekommen, gell? Den ich nicht getötet hab. Also Gusi, los. Lol, hast den gerade runtergeschossen? Ja. Wir müssen gleich kein Shit mehr haben. Ich hab zweimal getroffen. Komm da her. Bitte sehr. Okay. Der hat gerade ein Speer auf mich getroffen. Ernsthaft? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Der eine lebt noch, der überlebt hatte. Unten. Da ist er in der Mitte. Haut Granaten. Mal. Daneben. Erstmal indem. Halt. Halt. Da hab ich mir die Brust weggeschossen. Das war mal ne geile Runde. Ja, die hat ja gebockt. Ja, wie geil das aussieht, Alter.